hallo hier ist muho aus osaka und jetzt kommen wir endlich zur elften frage wenn ich in dem tempo weitermachen weitermache dann sind wir wahrscheinlich auch an weihnachten noch beschäftigt mit den 120 fragen aber man kann sich ja zeit nehmen ich glaube jeder dieser fragen ist sehr wichtig und irgendwann gehe ich vielleicht auch dazu über in einem video gleich zwei oder drei fragen zusammen zu besprechen aber heute geht es wieder um eine einzige frage nämlich die nummer 11 ist deine klarheit reiner als der himmel oder nicht vielleicht könnte man auch einfacher sagen bist du so klar wie der himmel oder ist dein geist so klar wie der himmel der geist beim sasen wird oft mit dem himmel verglichen und es wird manchmal gesagt sasen das ist so wie der himmel und manchmal treiben da wolken das sind die gedanken aber der himmel lässt sich nicht von den wolken stören der himmel treibt auch nicht mit den wolken mit der himmel versucht nicht die wolken zu vertreiben der himmel läuft den wolken nicht nach und manchmal ist der ganze himmel bewölkt manchmal ist dann gewitter ein sturm regen und manchmal ist es wieder klar es muss aber nicht jeder tag ein klarer sonniger tag sein es gibt wolken tage beim sasen und es gibt klare tage denn dein geist ist der himmel du bist nicht die wolken du bist nicht deine gedanken wie immer wieder gesagt wird aber oft identifizieren und wir uns mit den gedanken wir laufen den gedanken nach wir lassen uns treiben mit den gedanken oder umgekehrt besonders am anfang wir haben irgendwo gelesen gehört dass man beim meditieren nicht denken soll also versuchen wir sozusagen den schäfer zu spielen und die gedanken wegzuschieben den gedanken zu sagen jetzt müsst ihr still sein ich mach grad sasen stört mich doch nicht beim sasen die metapher die ich immer verwende ist die der weide für die die noch nicht so lange dabei sind bei diesem kanal ich erkläre die metapher nochmal beim sasen da kommt es einem manchmal so vor wenn man so auf die weide seines geistes guckt ich mache jetzt sasen ist da ruhe auf der weide man ist überrascht über die ganzen schafe die man davor noch gar nicht gesehen hatte unter umständen dutzende hunderte vielleicht sogar tausende von schafen die einen riesen lärm veranstalten mäh 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 aus allen richtungen alle wollen deine aufmerksamkeit haben und sie trampeln überall rum du hast angst dass sie vielleicht nicht nur das gras fressen auf der weide sondern auch auf deine sorgsam gehegten blumen rumtrampeln und in den gemüsegarten gehen und ihr das gemüse wegfressen also glaubst du ich bin ja der schäfer als schäfer ist es meine verantwortung da zäune zu bauen die schafe müssen eingezäunt werden und da siehst du vielleicht da sind ja auch ein paar schwarze schafe die muss sich trennen von den weißen schafen und am liebsten würdest du den schafen vorschreiben dass sie leise zu sein haben und dass sie dann auch wenn es dunkel wird ganz artig zurückgehen sollen in den stall und das stellt man dann beim sahen sehr schnell fest die schafe lassen sich vom schäfer nichts vorschreiben du kannst dir noch so oft sagen ich darf jetzt nicht denken ich sollte jetzt nicht denken bitte gedanken verschwindet je mehr du mir mehr aufmerksamkeit du deinen gedanken schenkst desto mehr werden es je mehr sich der schäfer um seine schafe kümmert desto mehr chaos veranstalten die du hast deine zäune alle gebaut die herde springt wieder drüber die weißen und die schwarzen schafe vermischen sich wieder das meh 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 hat kein ende deshalb sage ich leuten in anfänger kursen von sazen oft vergesst den schäfer schickt den schäfer in den urlaub vielleicht als ein zwischenschritt kann man sich auf der weide mal einen großen baum suchen und da legt sich der schäfer hin und guckt hoch in die äste guckt hoch in die äste bedeutet in dem fall er betrachtet seinen atem er spürt den körper in dem moment wo der schäfer hoch guckt in die äste oder in die berge in der ferne da stören ihn die schafe nicht mehr ihr hört ihr hört zwar immer noch aus der ferne das meh 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 aber seine aufmerksamkeit schenkt er jetzt nicht mehr den schafen sondern den ästen den bergen das heißt er spürt den atem den körper die geräusche und plötzlich sind die schafe nicht mehr so ein großes problem der nächste schritt kann sein dass man zum himmel wird und in meiner metapher vom der himmel zu sein bedeutet du siehst die schafe du betrachtest die weide aber du spielst nicht mehr den schäfer das heißt du versuchst nicht ordnung zu bringen in die herde du versuchst keine kontrolle auszuüben über die schafs herde du lässt die schafe sein und wenn die ganz weit weg sich verirren lass sie lass sie so weit laufen wie sie wollen und vielleicht ist da unten immer noch der schäfer vielleicht ist da unten auch immer noch der schäfer der seine rolle spielen will dann lass auch den schäfer seine rolle spielen du bist der himmel und vielleicht ist die frage auch ein bisschen so gemein bist du so wie der himmel oder spielst du immer noch den schäfer und den scharfen freilauf lassen das ist auch etwas was man oft lernen muss wenn man zum beispiel eine verantwortung hat im kloster wenn man der abt ist oder der erste mönch am anfang versucht man autorität auszuüben und den anderen zu sagen was sie zu tun haben dass sie einem zu folgen haben aber autorität die eingefordert werden muss dass es keine echte autorität wenn du rein wächst in deine rolle dann musst du nicht mehr so wie ein schäfer den ab spielen sondern du kannst immer öfter auch einfach himmel sein und deine gegenwart in der rolle allein wird schon ein einfluss ein befriedigenden ein befriedigende befriedigenden einfluss haben auf die herde ne also diese metapher bezieht sich nicht nur auf sasen manchmal kann das auch ja die rolle die man im dojo in der sanga hat beschreiben man wird zum himmel und dann sage ich es gibt aber noch einen weiteren schritt und das bedeutet zurückzukommen auf die weide runterkommen auf die weide zur weide selbst werden diesen schritt betone ich immer wieder weil manchmal fixieren sich leute so auf dieser beobachter ebene ich bin der neutrale neutrale beobachter das was da unten auf der weide passiert das hat ja mit mir eigentlich gar nichts zu tun das bin ja alles nicht ich ich bin nicht der schäfer ich bin nicht die schafe ich bin hier oben reines bewusstsein ich bin so klar wie der himmel es gibt ja manche leute vielleicht auch hier unter meinen zuschauern die glauben beim meditieren geht es darum abzuschalten es geht darum abzuschalten der muho sagt ja auch immer wieder es geht darum eine pause zu machen vom spiel das bedeutet auch abzuschalten oder nicht ich würde sagen nein also zumindest das was viele leute unter abschalten verstehen geht in eine andere richtung als zen wenn leute vom abschalten sprechen dann meinen sie oft dass sie irgendwo abheben und über den wolken das spiel da unten vergessen das treiben auf der weide vergessen wollen aber in dem moment sind sie nicht mehr so klar wie der himmel sie reden sich das ein ich bin der neutrale beobachter ich bin der reine himmel und für diese menschen ist es unter umständen das schwierigste dann zu lernen zurückzukommen auf die weide aber dann nicht mit den schafen zu spielen und auch nicht den schäfer zu spielen sondern zur weide selbst zu werden den schafen erlauben auf die rum zu trampeln dein gras zu fressen und am ende des tages vielleicht auch noch einen ordentlichen haufen auf dir zu machen und du nimmst das alles an mit freudigem herz altem herz großem herz insofern ich würde mich nicht allzu sehr anhaften wollen als die an diese vorstellung von ich bin so klar wie der himmel mein geist ist so ruhig wie der himmel und immer wenn es an der tür klingelt dann was störst du meinen ruhigen geist ich war doch eben so schön hier oben auf meiner wolke du holst mich wieder runter es ist wichtig auch wieder runter zu kommen von dieser so klar wie der himmel wolke wir glauben der himmel wäre wolkenlos aber in dem moment wo wir das glauben ich bin so klar wie der himmel da ist keine einzige wolke da schwebe ich schon auf meiner ich bin so klar wie der himmel wolke wie dem auch sei ich wollte in diesem video werde ich keine zeit mehr haben aber auch verschiedene andere mails eingehen in einigen davon geht es um psychopharmaka also drogen was ich dazu denke habe ich auch schon in vergangenen videos gesagt aber da es mit klarheit zu tun hat werde ich darauf ab morgen oder ist es über morgen kann sein dass morgen wieder zeit ist für ein extra video ich habe da den plan nicht ganz zusammen aber beim nächsten sen häppchen mit einer nummer gehe ich auf eure mails ein bis dahin danke fürs zugucken